Es soll insgesamt mithelfen, um den Schutz der Ameisen und der Kolonien zu stärken. Es ist ein wichtiger Beitrag für die Dokumentation der Fauna, der Flora, des Ökosystems in unserer Region, aber auch schweizweit. Also Ameisenschutz ist eigentlich ein langes Thema, nicht so systematisch, wie wir jetzt eine Grundlage haben und wo wir vielleicht auch die Verantwortung haben, dass die systematische Grundlage nicht verloren geht. Warum ist Waldameisenschutz ein Thema? Warum ist die Waldameis so wichtig? Das kann Andreas Freivogel vielleicht auch noch eine Rolle spielen. Aber im ganzen ökologischen System des Waldes spielt Waldameisen im Zusammenhang mit Schadorganismen eine grosse Rolle. Das ist vermutlich das Tier oder das, was uns Förster am meisten hilft, wenn es um Schadorganismen wie Bogenkäfer oder andere Käfer geht, die drohen, Bäume zu zerstören. Auf der einen Seite, wenn sie so weit die Gesundheitspolizistin, die auf Bäume herumklettert, sich auch bedient in diesem reichen Angebot. Auf der anderen Seite halt eben auch selber am Holz, ein Teil vom Zersetzungsprozess an gewissem Ort mithilft und dort damit auch im Grunde noch die ganzen Kreisläufe am Leben erhalten oder im Wald eine grosse Rolle spielen. Also wenn das Inventar entsteht, muss man genau wissen, wie es entsteht. Und von dem her ist die Aussage, Isabelle, wir können sagen, einzigartig in einer Art und Weise systematisch Flächen absuchen, mit einem klaren Auftrag, mit einer klaren Methodik. Nicht nur nachher zu erfassen, sondern eben auch das Gebiet abzusuchen. Aber auch die gesamte Waldfläche absuchen ist immer noch ein ambitiöses Ziel und das hat man eigentlich wirklich nur unter Einbezug von möglichst vielen Akteuren geschafft. Es haben 50 Freiwillige mitgeholfen zu kartieren und auch alle Vorschläge vom Kanton haben mitgeholfen. Das ist ein sehr zentrales Ziel für den Erfolg dieser Kartierung. Aber man kann sagen, dass wir dann mit vier Feldkartierern alle Stammdorte mit ganz genauer GPS-Gräse kartiert haben und auch von jedem Nest eine Ameisenprobe zur Bestimmung von Art entnommen haben. Und die Artbestimmung ist von Experten von der Uni Lausanne durchgeführt worden. Zwei von diesen Arten, die bei uns vorkommen, kann man nämlich nicht einmal mit einem Mikroskop unterscheiden, sondern da muss man eine genetische Analyse machen, damit man diese unterscheiden kann. Und die Kartierer haben eng mit der Göttis zusammengearbeitet. Sie haben dort, wo die Göttis Gebiete schon ganz im Detail durchgesucht haben, sich zu den Standort führen lassen. Und im Rest der Waldfläche haben sie nach ganz genauer Richtlinie, das heisst sie haben alle Waldstrassen abgelaufen, alle Waldränder sind in die Waldstücke nach bestimmten Kriterien reingestochen und haben die Fläche abgesucht. Mit Hilfe der Göttis sind zu Beginn der Kartiererung schon fast die Hälfte der Nestern dort bekannt gewesen. Und auch über ein Viertel der Fläche war bereits durch die Göttis abgesucht. Also das war ein grosser Beitrag, dass man das annähernd flächendeckend realisieren konnte. Von dem her, als die Gelegenheit gekommen ist, an einem solchen Projekt mitzumachen, habe ich mir das überlegt. Und dann habe ich einen Zeitungsartikel gelesen über meine Hauptfind, wenn man viel im Wald ist, dass sie Zecken. Die haben mich wahnsinnig gerne und ich habe gelesen, dass Ameisen helfen Zecken einschränken. Also von dem her, sie fressen, das hat man auch gewissen, sie fressen, auch Zecken und in der Nähe von Ameisenhäufen hat es weniger Zecken als wenn es keine gibt. Ich glaube, das Inventar unterscheidet sich aus einem Hauptgrund davon. Erstens, oder ein paar Gründe. Es ist ein interessantes Tier. Wenn ich zum Beispiel eine Fühlung habe mit einer Schulklasse. Das ist das Tier, das das interessanteste ist, das man auch sieht. Man kann über die Wildschweine Sachen zeigen, man kann über die Füchse und Dachse Sachen zeigen. Aber wenn man es dann anmeisen Haufen sagen wir bei uns, wir sagen eben ohne Neste, wir sind noch nicht ganz so weit. Wenn man es auch einem zeigt und eben den Schülern erklären kann, dass die Wärme, Tankern und Unterungen heizen mit ihren eigenen Körperwärmen, das ist etwas, was den Schülern bleibt. Also es ist ein Tier, das man gut verkaufen kann in der Öffentlichkeit. Von daher ist auch das Inventar interessant. Und vor allem ist das Inventar interessant, weil es lokal, sagen wir mal, die Ameisengöte sind lokal abgestützt. Also die haben auch vielleicht ein bisschen mehr Herzblut hinter der Sache, als wenn das irgendwie so von oben diktiert wird, an so einer Inventaraufnahme.